Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich? Oui. Pensez a lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Oui. Je suis heureux, qu'il est là. Est-ce que ça fait toi aussi? Oui. Mais il va partir. Il faut que je vous dise. Vous êtes jeune et chouin. für diesen jungen Franzosen. Ich weiß nicht mehr.